B2B Nord, Deutschlands größte regionale Wirtschaftsmesse, zweimal im Jahr in der Messehalle Hamburg-Schnellsen. Das Treffen für Unternehmen, Geschäftsführer und Entscheider aus der Metropolregion Hamburg. Ein Familientreffen der norddeutschen Wirtschaft. Networking pur, ein Marktplatz, lebendiger Marktplatz, um Kontakte zu schließen. Eine wunderbare Möglichkeit, zweimal jährlich neue Kontakte zu knüpfen und alte Kontakte zu vertiefen. Entscheider-Macher-Messe-Treffpunkt. Best Marketing-Unternehmernetzwerk. Der Wirtschaftstreffpunkt. Mit über 200 ausstellenden Unternehmen. Top-Speakern als Live-Event auf zwei Hauptbühnen. Und Impulsvorträgen, Impuls-Seminaren und Workshops in vier Kompetenzforen. Die Messe B2B Nord ist als größter Marktplatz für Networking. Innovative Konzepte und Produkte jeweils im April und November der Pflichttermin in der norddeutschen Wirtschaft. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020